Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich glaube, man kann das gar nicht machen, weil irgendwie reicht das nicht aus. Die 12K-Leitung reicht aber nicht aus, die Livestreams sind in guter Qualität. Also ich kann dann nur mit so einer Qualität kommen, von so einem Gameboy, so 8-bit-mäßig. Aber da würde man ja gar nicht so kennen. Und so eine Qualität wäre genauso scheiße. Ich habe es ja schon einmal versucht mit Battlefield Red Company da aufzunehmen, aber das hat auch total nicht funktioniert. Das war absolutes Müllkacke gewesen. Auf jeden Fall bräuchte ich erstmal noch eine bessere Widerverbindung. So, Bergen, Fachfritt gebogen. Na? Und da ist er, der Marker. Hahaha. Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Go! Für weiteren Frachttransport wird Kinesen mit mir gelnötigt. Oh! Hallo! Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, gegeben. Ich würde mal sagen, heightnende Korn. Das wird am besten funktionieren. Boah, wie viele. Reiche Geldstrecke. Mega groß. Hier und Viecher. Bam. Hallo! 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 Boah! Ey! Die kommen viel zu viele. Ohne Scheiß. Boah! 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 Noch mehr? Nein! Gut! Warum verschünden die Leichen zur Hölle? Das ist scheiße! Hallo! Herr Arm ist wieder da. Okay, Herr Arm ist ein scheiß Name, aber egal. Ach, danke. Warum soll ich doch das Arm fliege wiederkommen, ey? Das ist schrecklich. Ja, jetzt halt's Maul da, Alter. Gott. Seine Todesschreie lauter sind lauter als ich, ey. Oh, Alter! Geht doch! Gott, verdammt, ey. Siehef getrunken, ey. Wow! Aua! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab doch Medikett genommen. Man. Warum muss ich sterben? Das war schlecht. Sehr schlecht. Warum muss doch so ein Arm fliegekommen, Alter? Das ist zur Hölle noch meins. Gottverdammt. Hm. Ich verschlücke sie ihre Gegner, um sie schnell zu töten und Musitions zu sparen. Ja. Schnell töten kann ich auch mit einem Headshot. Nee, ich muss... Ernsthaft? Och, komm, leck mich doch. Fuck. Da. Okay. Ich verschläge die Gegner. Oh mein Gott. Ich verschläge die Gegner. Ich verschläge die Gegner. Recher Geldsack. Geht sterben. mal eben hier kurz karten und das mal zu tun damit nicht wieder bis gleich so unterwegs auch schon wieder so als gelootet wunderbar und die zwei tüten also weiter so um oder marka es war mir erst mal auf den gegner wo ich noch irgendwie an frachtlieferung 7 8 2 wird ausgeliefert für weiteren frachttransport wird chinesemodul benötigt ja und die alle von der seite komodern auch bis jetzt auch so ein kind wer jetzt aber mal nichts sagen worauf ich jetzt aus Hm, noch mehr. Arm, Viecher. Sehr schön. Ja, jetzt wird das wieder klar, dass hier wird nicht. Noch eins kommen? Von der linken Seite? Nein? Nicht? Okay. Oh, jetzt kommen noch ein paar Viecher. Hallo? Ja, komm. Ich bin auch in die Freigerand, verdammt. Boah, ich bin gestern. Einfach draufballern, das würdest du schon machen. Impressionieren und so. Oh, du bist auch noch da. Da häkelt es. Ja, er transportiert die Webbes mit sich. Genau. Das ist wegen Kängurufiech, Alter. Nur die übergröße. Na, Arm, kommst du wieder? Na, was sag ich? Arm kommt wieder. Na, komm. Na. Danke. Wunderbar. So, go for it. Go for it. Los. Geschafft. Oh, hi. Äh, ja. Ich muss mal wegdrehen, ist das die beste Möglichkeit. Aufdrücken. Gut, tippere Band. Haha. Ich bin nicht mehr. Haha. So, gut. Ich würde sagen, nochmal upgraden. Pulsgewehr. Ja, okay. Die kann ich nicht groß aus haben. Ich bin, ähm, kein' Ich bin. Wie kommt die hier hoch? Wie kommt die hier hoch? Zur Hölle. Ja, genau. Genau. Genau, 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 genau. Genau, 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 genau. Ich sterbe. Was zur Hölle. Keine Müll. zur helle noch eins wow wie viele noch hallo na komm ich warte danke schön alter alter so da kann ich irgendwie nichts machen das ist viel zu weit entfernt meiner mag noch nie lieber nicht kinesemodul zu energy nee hm das habe ich ja schon voll abgebildet stimmt genau ja halt ebenso irgendwas muss ich hier machen nein verdammt ich konnte auch nachladen gehen verdammt na egal bist du eigentlich schon schnell genug ja ist eigentlich ganz in Ordnung so die Geschwindigkeit so ich merke aber schon ich bin schon am Ende meines zu meiner Zeit und da werde ich sagen bis jetzt im nächsten Part wieder und dann ja bis zum nächsten Mal ne tschüss bis zum nächsten Mal Vielen Dank.